kann die stimmen das geheimnisvollen kunden hören ich hoffe sie können das erklären es ist zeit um ermitteln es ist ein bad boy ein gut bei den good girl also der geheimnisvolle kunde es war die ganze zeit nichts eine sammelratte der schlimmste albtraum eines packers die sammelratte haben ratten haben uns ausgetrickst damit wir unsere stärke benutzen um anderen leuten der eigentum zu stehen und dann noch mal dämlich sind ich glaube wir wollen zuschauen was da passiert sie entkommen in diesem raumschiff sammel retten aus dem welt einer klar es war so offensichtlich wir müssen sie aufhalten zum lastwagen wozu brauchen wir so viel also wozu brauchen die ratten so viel müll da oben lasst mich das tragen tragen zusammen folge der ratten müssen erstmal spacex anrufen naja wahrscheinlich gehören die sammelratten zu elmas ja die kriegen das jetzt alles hoch in auf dem mars juhu natürlich so läuft das kräume schon mal auf das ist ein totaler verstoß gegen die internationalen regeln für das umzugsverhalten war auch richtig deutschland nach 1 und 5b denn die ehre eines wir sind zwei und durch ja ja du musst auch drehen passt muss das da rein oder oben es ist geboren ich will dich reinschieben warum geht es mir nicht ich hab Lust müssen die hierhin ach so wir müssen dann am ende auf den knopf drücken oder so glauben wahrscheinlich ob hier man kann hatte warte 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 ernsthaft drei jahre später warte ich hätte mir noch überlaufen können derzeit warte jetzt 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 kack wir müssen noch ein ding da rausholen oder ja 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 nein ach pass auf die kommen gleich wieder wir fangen dann nämlich immer wieder an also einmal müssen wir kurz den Müll entleeren gehen glaube ich ich gehe in den knopf drücken schneller dann schieb mal den Rest rein ja passt oh ja das war eine Flamme ja bist du da reingefallen ja wirklich das riecht unangenehm oh der ist das ist wow die Flamme habe ich da nicht gesehen ach doch der kommt da oben vor irgendwie müssen wir das ja da rausgehen ja wir müssen das rauskriegen ohne mich zu töten da kommen wir gleich wieder vorher warte 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 jetzt weißt du wie das jetzt nein ich dachte wenn ich da vorne bin man bin ein sehr empfindlicher Hund dann ist meine Hand verschwunden aha können wir nicht hier rum nein ich zuerst warte so ja stopp oh nein weiter keine Ahnung stopp jetzt weiter warte jeep ja oh Gott ist egal hallo du rein du rein ja genau oh oh das war natürlich oh der Hund ist ja noch eins hm ja jetzt warte 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 ja ah warum muss ich denn immer so weit weg und ich sporn warum läufst du mal rein ne wir haben gerade nicht hingeguckt das ist ja überhaupt nicht wichtig in dem Spiel nein aber Achtung jetzt ist Feuer Achtung jetzt ist kein Feuer Achtung hier kommt gleich Feuer jetzt müssen wir laufen jetzt müssen wir laufen jetzt müssen wir laufen oh Gott noch eins uah nein oder nur nur da kacke hier ist überall Feuer ja pass auf als nächstes kommt es unten pass mit an bei mir das hat ganz gut geklappt ne bei mir ja oder ich hab ein warte Setzwort she said joke verpasst ja no nein dieses dumme Ding mhm ich bin zu fett jetzt darfst du bei mir mal anfassen ja los geht's warte achso ich dachte wir gerade wir stecken fest jetzt schnell 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 und damit hast du mir blockiert dann hat mich schon wieder das Ding ja dann lauf mir nächste Runde ahja praktisch better saves than ah ich hab grad auf deinen Charakter geguckt was hast du denn gemacht ich bin einfach straight ins Feuer reingelaufen das war dumm von dir ja warum nicht hier ist irgendwann mal aus ne wir müssen hier rum irgendwie ja das sieht irgendwie nicht so aus als könnten wir das da einfach durchschieben ne ne nicht so ja richtig oh gut kombiniert na na da du du nur du ja sehr nah dran ja jetzt geradeaus pass auf ach ok einfach schieben ja 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 ich wollte das Ding nur drehen ja ja gut 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 geklappt oder nicht das ging schnell oh links ist noch eins ja aber danach fehlt irgendwie auch noch was ja ja wir haben das übersehen stimmt zwei fehlen da ist das eine Ding irgendwie aus das liegt das liegt da noch oh warte meine Nase juckt ah klar nimm dir Zeit durch oh stimmt das gar nicht richtig durchgefahren glaube ich das zum warum ja jetzt du so läuft es am einfachsten du musst rein ja vielleicht musst du es reintreten beklemmt da sicher ja siehst du doch ja genau das wir wurden verarscht wir hätten silber bekommen müssen hm was machen wir denn da jetzt wüsste ich auch gern ja genau so wie hat sich das denn da verhangen ah jetzt juhu so ne verarsche die Erde sieht von hier oben so klein aus das macht mich dann wirklich ein wenig nachdenklich ich überlege gerade wenn wir einen Katapult hätten könnten wir die Möbel ohne den Lastwagen transportieren aber wir transportieren das Katapult ja mit einem anderen Katapult mit einem Lastwagen vielleicht mit einem Lastwagen vielleicht der anscheinend fliegen kann im Weltall ja wer liefert den Lieferanten aus ich bin der Feuerspringer drehen oder lebendig oh oh geil das müssen wir machen Arcade wo waren die nochmal ganz am Anfang aus dem Weg aus dem Weg genau bin gespannt oh Gott das kann gut werden hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge oh die Couch das könnte jetzt 20 Minuten dauern oder länger lehnt euch zurück lauf 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 ja kurze Pause war ein bisschen übereifrig okay ich schwör dir ich kann die Pixel schon wieder zählen lauf oh ich hänge ich hänge ich kann springen na läuft doch ja warte wir fühlen uns irgendwie zu sicher was ist das lass die Couch los lass die Couch los lass die Couch los schnell nein you had one job warte können wir sie in die andere Richtung ja so geht er auch warte ich fass gleich nochmal richtig an oh jetzt müssen wir andere aufdrehen hui die oh Gott Feuer okay liegen lassen äh ne wa hä ja geht das nochmal aus ich halt sie auf das ist schon interessant das sieht gerade eher nach Tetris bei mir aus als so schlimm oh Gott wir sind irgendwie am Rand vorbei das stimmt nein ich warte hier auf dich oh es geht aus uh das war knapp okay rechts lang ja doch jetzt schnell 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 kein Ende hier oh nein ich bin gefallen die ist schon sehr hart auf der Kante ach passt alles noch dass sie da durchpasst nein was machst du nein komm wieder zurück guck in deine Aufnahme es war nicht mit Absicht die ist hier einfach stecken geblieben nein oh es geladen Couch wenn du deinen fetten Arsch dann wieder kaufst so oh no oh no oh no 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 los schnell oh hier ist ja schon der Lastwagen jetzt geht um Zeit juhu es ging ja voll gut bis zum nächsten mal zum nächsten mal ich bin es gibt wir 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 hit hier Untertitelung des ZDF, 2020